Herzlich Willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Ammersreiter. Viel Spaß! Hier seht ihr alle meine Endchen, diesmal in D-Dur aufgezeichnet und ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden, da muss ich jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen. Ihr guckt einfach im Standbild euch das in Ruhe an, dann nehmt ihr euch wieder eure Klaviertasten und spielt es einfach nach oder an jedem anderen beliebigen Instrument. Es ist alles gut, wenn ihr einfach daran denkt Fis statt F und dann Cis statt C. Allerdings in dieser Melodie kommt Cis Gott sei Dank gerade nicht vor. An die Tasten und los!